um grabkammer der spinnenkönigin ok du sagst es zwei assas du hast nicht gesagt dass es zwei rober der hat fast zu viel level wie ich auflösung der breite was soll das ne quatsch auflösung der höhe ja breite und höhe es ist spät ich war verblüht hast jetzt nicht gesagt wie sagt er gerade wie wärs mit einem 1v1 sagt das nicht zu Lars aber das kann ich nicht gewinnen ja das das war so da ist das war richtig ich sag doch team synergy is back team synergy is back wir нужden nein ich muss da kommt in dem beating läuft flach schade nicht bath physical Nein, ich wollte gerade einen neuen Max-Rack, scheiße, oder war alles, vor allen Dingen die Bot-Day wird durchgepusht und keiner macht was aus der Walle, ey. Ja, Problem ist, die sterben jetzt wieder und dann, just like I said, ich weiß nicht, was ihr erwartet, Leute, sonst halt machen wir nicht so viel. Alter, ich war jetzt so lange zitiert, dass ich nicht mal den Self-Destruck machen konnte. Oh, tot! Warum haben die die bessere Glover, ey? Das ist gerade genauso wie dieses ebrige Game, weißt du? Wir dominieren so hart und jetzt kriegen wir auch's Maul. Das ist einfach unfassbar. Also, ja, ich weiß nicht, warum da so Glover rein sind, das macht wirklich keinen Sinn. Ja, ich tanke ihn aber nicht mehr lange, wie du siehst. Das war's. Ja, wir hätten den Boss gekriegt, wenn vielleicht alle mal da gewesen wären. Ja, es ist Gigi, aber das ist wirklich nicht unsere Schuld. Kommst du raus? Nee, kommst du nicht. Das hat es jetzt ziemlich gegeben. Das wär jetzt halt nice gewesen, wenn ich das geschafft hätte, aber dann mach ich halt nichts. Sag mal, bist, bist du dumm? Das war jetzt wirklich einfach ne Genius, sorry. Das hab ich auf Video. Also, ohne Scheiß, liebe Zuschauer, zieht euch das rein und schreibt bitte in die Kommentare, was das gerade für ne Jobs-Aktion war, ey. Alter Vater. Also, ich hab genug Juwelen, ich müsste jetzt nur noch abgeben können. Das wär halt super nice. Ich durfte es die 14-Jährigen nicht verlieren, das war das Problem. So, bitte verrate uns nicht, bitte, bitte. RGG. Immerhin etwas. Das Kämpf jetzt ausreißen. Ich krieg die nicht, das darf die Schwarz sein. Mal. Okay. olar. Nichts. Ich bin vollkommen. Ist mein Leben? Und das ist mein Leben? Ich bin vollkommen. Ich bin vollkommen. Und wenn du meine Leben oder schnell built in die Merlinie haben? Ich bin vollkommen. Ich bin cool. Das war jetzt. Ich bin vollkommen. Untertitelung des ZDF, 2020